Hallo meine Lieben, heute möchte ich behilflich sein für diejenigen, die ganz schnell ein originelles Geschenk brauchen. Wenn du vor dem Problem stehst, jemandem etwas schenken zu wollen oder zu müssen und du stöhnen sagst, oje, der oder die hat doch alles, was soll ich bloß schenken, gebe ich dir folgenden Tipp. Schenke doch einen Geschenkgutschein. Dieser Geschenkgutschein ist ein Ticket mit freier Beraterwahl. Du forderst ihn an bei www.deria-lichtvollerengelkontakt.de Du musst nur folgendes tun. Klicke auf den Button Prepaid und du kannst die Gesprächsminuten selbst auswählen und über Prepaid bezahlen. Du kannst aber auch per Banküberweisung einen Geschenkgutschein erwerben. Melde dich per E-Mail bei deria, dann bekommst du alle notwendigen Infos. Wichtig ist, dass wir deine E-Mail-Adresse haben, damit wir dir unsere Bankdaten schicken können. Nach Geldeingang erhältst du per E-Mail die Mitteilung über deinen gekauften Geschenkgutschein. Drucke diesen aus und dein Geschenk ist fertig. Im Übrigen kannst du auch einen Geschenkgutschein bei uns erwerben für eine Hypnosesitzung oder eine Urlaubsbuchung in Derias Ferienwohnung an der Ostsee. Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Nimm Kontakt mit uns auf. Wir geben dir Ratschläge. Ein Geschenkgutschein von Deria ist ein ganz besonderes Geschenk. Glaube mir, der Beschenkte wird sich über diesen speziellen Gutschein sehr freuen. Herzlichst, euer Team von Deria.